Star Olymp TV präsentiert AG Featuring Peter Maffei mit ihrer neuen Single Variat – Ich wollte nie erwachsen sein. Den Song gibt's jetzt überall als Download und weitere Infos zum Künstler finden Sie auf starolymp.tv. CD-Bestellungen, Buchungs- und Autogrammanfragen richten Sie bitte direkt an das Label unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017